so weiter geht's heute mit dem muslimolat 21 wir sind immer noch dabei die stadt kerststadt auf die stufe 3 zu brechen ich glaube ich jetzt gleich immer dass wir nicht allzu lange folgen deswegen dachte ich mir jetzt noch kein break wir sind immer noch dran wir sind unterwegs der straße dankeschön die regler sagt ja wir sind halt noch dran die drei straßen bis jetzt eigentlich erst zwei gilt verstanden dass die ganzen leute am alten sägewerk so toll finden es hätte dieser disco aber ja ich persönlich bin zum beispiel nicht mehr so einzig großer feld von der diskotheken weil das war mal wo ich dann jünger war ja ich bin ja auch schon ein paar jährchen halte 35 da war man mit jungs mit den jungs immer feiern oder so gerne mal hat das morgens 6 7 8 uhr das könnte ich heute schon gar nicht mehr ich hab kein bock drauf ich bin eh so schnell müde die getreide straße ist ja für zwei jetzt schon eigentlich gar nicht ich bin ja ja so eher der fern zum beispiel zu hause sitzen mit freunden in kippen müde oder was drin ich brauche eine fahrkarte wobei ich zum beispiel persönlich gerade wenn ich dienst habe wenn ich in der woche dienst habe trinke ich ja sowieso kein alkohol ich habe meinen mann endlich überredet winter der leidenschaft zu gucken und ja gerade wo ich habe jetzt war ich zum beispiel mein besten freund war der paar kilometer weg wurde mittlerweile jetzt nicht mehr so lange weil er jetzt einfach umgezogen ist und wir da mit freunden gesessen haben aber auch ins andere bierchen mehr getrunken klar aber zum beispiel wenn ich weiß ich habe dienst in der woche in der woche bin ich gar nicht ist halt wichtig wenn ich zu hause bin natürlich so gut wie gar nicht ja für mich machen alkohol mehr kaputt das ist so wie klar dass man ein bier oder so beim fußball abends mal trinkt ich habe jetzt am wochenende mal beim fußball gucken wir haben was getrunken und wer war das war es aber auch schon sehr gut ich weiß nicht wie eure erfahrungen mit dem thema sind ist es so dass ich nicht unbedingt alkohol brauche ist also ja ich hatte so richtig so halte ich ja keine ausgebote das studierenden wohnheim und damit sind es glaube ich jetzt sind tatsächlich noch dreihaltestellen noch ich wandere gern die wälder und die berge ich habe die akkusstraße damit rein um auf vier zu kommen so viel sitzt jetzt gar nicht mehr da ja du brauchst du verkraftet du kriegst auch eine verkarte natürlich so studententicket einfach verkraftet ich weiß gar nicht wie viel mission das ist insgesamt hier in diesem spiel sind so viele sind sie mich nicht mehr ich glaube wir sind jetzt bei folge 17 18 19 glaube ich wenn ich es richtig im kopf habe da müssen es jetzt 15 16 missionen gewesen sein dann müssen wir bei 30 sind die hälfte haben knapp das einzige was halt extremst gefressen hat in der letzten im letzten stoppe ist halt diese aufwerterei das war alles auf fünf bringen musste da haben wir wirklich 30 40 folgen sonst wären auf dinge 45 40 folgen 45 folgen durchgegangen aber jetzt ist halt jetzt wissen wir ja wie es läuft jetzt klar jetzt wissen wir ja so ein bisschen wie es läuft wie das ganze ding abläuft ich glaube es sind tatsächlich andere missionen als jetzt mal aber naja gut so mal gucken wie lange diese folge wird ich glaube das wird eine ganz kurze folge nur aber wie gesagt ich mache jetzt bewusst mein werk immer ich hänge sie auch nicht an die alte folge mit dran diesmal nicht liegt aber auch daran dass ich gerade ein bisschen folgen generieren möchte ich habe euch ja gerade schon eine ganz letzte folge erzählt dass ich gerade ein bisschen ansonsten und dass ich ein bisschen rein durchkomme ich kann nicht jeden abend aufnehmen wird mir sonst auch ein bisschen zu anstrengen aber wenn es mal ausfällt ein zwei tage dann bitte ich das müssen zu entschuldigen ich bemühe mich dass was täglich kommt zumindest der viel zumindest viel von der bus simulatoren also zumindest das was ich privat was ich zocke die ganzen co-op dinger das kann ich nicht versprechen dass es immer wieder das fällt auch gerne mal aus wie jetzt momentan mit kohle auch wenn man da aber groß wegen immer wieder oder der rainbow dürfte glaub ich heute abend nicht kommen ich glaube das wird mal die folge das ist die dritte folge das ist die dritte ja das ist die dritte genau wird das der freitag komme ich heute abend erst im aufnehmen so was soll das sind jetzt nicht dagegen gefahren so leisten tschüssi ja dann gehen wir weiter haben wir das ganze ding jetzt noch unbedingt reisen gibt er sich jetzt geht ihr das ist eine platform wie sieht auf dem spiegel immer so schon anders aus so weiter geht's mit der fahrt zum wissenschafts minister habe ich gerade abgefahren wir müssen jetzt wieder aufhörten wieder auf weiter aufhörten deswegen machen wir das jetzt auch aber das ist eine coole hier so etwas straßen mit ein bisschen die wagen über das wasser so jetzt ist welche links glaube ich ja ja aber ich weiß dass die nächste mission nur kurz mission ist dann machen wir das auch machen wir das ohne problem aber ich weiß es halt doch nicht gucken die schule die haben wir eben schon anders umgefahren die fahrer glaube ich kann ich doch mal anders wo wir da nämlich alles abbiegen müssen ich habe es aber kurz der gesetzte damit war die halte stellen alle drin haben so hoffentlich heute noch schließen können ich bin voll falsch gefahren ich glaube ich bin voll falsch gefahren ich fliege mal gerade beim mussten rasen bitte bitte liebe leute das ist wirklich nur gaming das ist hier nichts irgendwie das ist ja nicht super super toll und alles richtig gameplay das ist aber da mal ein bisschen spaß dabei und ist es richtig ja das ist richtig ja ist das ist das schon ich bin immer voll ich abgeboten Wenn jetzt hier alle schon ein bisschen ausgebaut werden kann, haben wir es relativ zeitnah erledigt. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Das können wir gerne tun. So, gut. Dann geht es jetzt weiter. Es geht 3, die Straße. Ich möchte auf die Haltestelle oder so. Ja, sie gehen auf die Haltestelle. Wobei Arcos Straße ist jetzt, das ist glaube ich eh nur die 3. Das sind glaube ich nur die 3. 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 Die 4. Die 3. Die 4. Die 4. Die 3. Die 3. Es ist jetzt eh nichts, um groß alles richtig zu machen. So, ich bin jetzt bewusst da vorbei. Gefahr, ich sag ja, ich bin ungeduldig. Also draußen keine Rollstühle, ne? Momentan. Bisher zumindest noch nicht. So, Getreidestraße. Und damit fehlen noch zwei Haltestellen, oder? Ja, es sind glaube ich nur... Oder fehlt es, ist das das eine noch? Das Wüsten. So, also es sind nicht mehr viele. Wir müssen eigentlich die Mission gleich haben. So. Manche Gespräche, die man im Bus so mitbekommt, sind echt verrückt. Ja, das Gespräch, ich kann nicht ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Könnt ihr durchgehen, damit wir weitermachen können? Äh, hallo? Schäfer? So, da habe ich einige, die... Ja, das war Gott sei Dank. Mein Enkel haben einen neuen Hund, den sie sehr lieb haben. Okay. Okay. Sollte man auch, wenn man sich ein Tier anschafft. Ich kann sie so, die Leute nicht verstehen, äh, die... Weil sie in den Urlaub fahren, äh, die Tiere einfach mal eine Rasche rausbringen, oder so. Wenn ihr keine Liebe für das Tier, oder keine Zeit für ein Tier habt, dann schafft das A, wenn er keins an. Und dann bringt das Tier ins Tier ein. Und fangt jetzt nicht irgendwie, wie weitermachen, geschieht Tier und zu Tiere zu Geschenke, äh, oder... Tiere als Geschenke zu Weihnachten, oder was auch immer. Äh, nein. Macht nicht. Ich habe meinen Mann überredet zur Insel von Winter, der Neidenschaft zu kommen. Ach, du auch? Ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. So, auf jeder Haltestelle müsste es jetzt nicht mehr sein. Und jetzt kriegen wir als nächstes, um jetzt hier unten die Kirsch hat auf vier. Okay. Ist das richtig? Ja, doch, ist richtig. Sie heißt Maunzi. So. Nein, war es nicht. So. Exaltestelle, wie gesagt, ist das Planetarium. Und da fehlt noch die Akkostraße an der Wasser. Genau. Das Planetarium ist hier links auf der Seite. So, die habe ich mich nämlich auf jeden Fall verzettelt. Jetzt muss ich mich nicht irgendeinem Bus drehen. So, dann kommen wir hier auch wahrscheinlich um die 20 Minuten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 16. Und dann haben wir es auch relativ gut hingekriegt, würde ich sagen. Und dann können wir gucken, was die nächste mit... Das versteht. Warte mal. Was? Wo bin ich da... Wo fahre ich da immer entgegen? Ich habe mir heute die Tür auf. Ist mir gerade egal. Ich will wissen, wo ich dagegen fahre die ganze Zeit. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Deswegen fahre ich hier die ganze Zeit entgegen. Deswegen steht die Kache noch da. Hier. Das ist eine fucking Alpha-Wand. Wo ich da entgegen fahre die ganze Zeit. So. Wieso? Wir sind abgeschlossen. Hi, Michael hier. Gute Nachrichten. Wir haben endlich die Berechtigung für die Flughafen-Haltestelle bekommen. Wir sollten diese möglichst schnell mit dem öffentlichen Nahverkehr und der Stadt verbinden, um den Reiseverkehr zu reduzieren. Okay. So. Heute... Eine Fahrkarte, bitte. Äh, ich fahre die Route hier noch zu Ende. Äh, ja. Ja, Ticket-Wochenkarte. Ich fahre die Strecke noch zu Ende kurz. Das ist nämlich auch nur die Halle. Das erklärt sich, warum ich da... Das ist mir nicht auch gepasst, liebe Leute. Also, wenn ihr unterwegs zu dem Planetarium seid, passt da ein bisschen auf diese Alpha-Wall auf. Ich hab's echt gerade gesehen, ich hab's mir angeguckt, äh, da ist ne Wand, ich dachte mir, das ist die ganze Zeit, da ist doch... Was hab ich da, ne, 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 die erste Stille-Polizisten heißen die, die so komischen Hügel, die ganzen Hupel auf der Straße. Stille-Polizisten heißen sie, genau. Äh, oder Stumme. Äh... Ja, ich dachte, so in der Richtung wär sowas gewesen, ne, aber... Nein, das ist einfach, ist einfach eine fucking Wahl. Oh, ich... Gut zu wissen. Ihr müsst also quasi an der Stelle, wo ich euch gerade gezeigt habe, äh... Müsst ihr ja die... Müsst ihr rüberfahren, aber das merkt man sich nicht. So, das war der Akos-Weg, das war, äh, die Mission. Äh, in der nächsten Folge geht's dann ziemlich zeitnah weiter. Da haben wir hier ein Auto, Autohändler, ne? Zu Nische, super, cheap. Naja, gut. Wir machen dann weiter in der nächsten Folge. Ja, damit wieder mit Volker-Mission, die dann heißt, abheben. Bis dann. Tschüssi.